Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf Minecraft. Heute ist es keine normale Folge, denn ich habe mir was Kleines überlegt, was auch Senfkop in letzter Zeit irgendwann mal gemacht hat. Und zwar will ich demnächst so ein Fragen- und Antworten-Video machen, das heißt, ihr könnt mal bitte unten in die Kommentare so ein paar Fragen reinklatschen, was ihr gerne über mich wissen wollt oder was ihr schon immer wissen wollt oder ja, was auch immer. Einfach ein paar Fragen, da werde ich dann demnächst irgendeine schöne Folge machen, wo ich mich in der Grund ein bisschen was baue oder irgendwas und nebenbei eben die ganzen Fragen beantworte. Also, danke schon mal für die ganzen Fragen und wir sehen uns dann bei dem Fragen-Antworten-Video. Haut rein! Ciao!